Jetzt haben wir noch die Kombis. Das ist da gerade auf 1. Achso, jetzt haben wir den auf 0 setzen. Den hier auf 1 setzen. Alle 3 auf 1. Tür ist immer noch nicht offen. Ja! Okay, welche ist das jetzt? 1. Ihr könnt 0. 1. 0. 1. 0. 1. In meiner Zählweise ist das nicht die 42, sondern die 43. Bei mir ist diese Kombination, wenn man das wirklich so macht, die 43. Deshalb finde ich das komisch, dass man sagt, die 42 ist sehr ernster. Und ich habe ja wirklich bei meinem Ding hier bei 1 angefangen. Und bei mir ist es gerade die Kombi 43 geworden. Naja, Kombi 43. Das Schilf ist total verwirrend hier. Gut, aber wir haben es geschafft! Weiter geht's. Was? Ich habe eine Tür geöffnet. Das lassen wir am besten hier mal so, wie es ist. Weil ich kenne uns doch. Das muss ja hier unten irgendwo gewesen sein. Also gucken wir uns jetzt hier einfach mal um. Die ist nicht. Die war es auch nicht. Ich habe doch irgendeine Tür geöffnet. Das habt ihr doch auch gehört. Hm. Hm. Gucken wir uns nochmal hier hinten um. Da war ich schon drin. Hier war nix. Ich würde ja gerne wissen, wo diese verdammte Tür ist. Okay, das ist... No Lies. Das war der Kuchen. Ähm. Ja, und nun? Ich habe eine Tür geöffnet. Ich gehe hier nochmal hoch, weil... Ich muss mir das nochmal angucken, ob ich das sehe vorhin, wo ich die Tür geöffnet habe. Das wäre vielleicht doch ganz... Da war ich drin. Gut. Okay. Der Baum! Das könnte es sein. Dann muss ich wieder raus. Ob es der Baum war? Äh. Wie komme ich denn jetzt hier am besten raus? Kiste. Gut. Ähm. Okay, dann gehen wir mal zum Baum. Ja, es war der Baum. Okay. Und hier komme ich irgendwo wieder runter. Mal gucken, ob hier irgendwo noch was ist auf dem Fußboden. Nein. Oh, das ist dunkel. Oh, das ist ja schick gemacht. Das ist richtig schön gewesen. Machen wir Tür auf, dann gehen die ganzen Fackeln hier an. Und hoch hier. Ich höre eine Kuh. Okay. Ein Goldstück. Good job. Oh. Also, guter Job. Du hast meine geheime Passage gefunden. I know what you are searching for. Ich weiß, was du suchst. Aber. Aber ich werde es dir nicht leicht machen, es zu finden. Hinter dieser Wand sind viele Räume voll mit Traps. Ich weiß nicht, was Traps heißt. Aber und voll mit Puzzeln. Also, wenn du nicht möchtest, dass du stirbst und gefrustet bist, dann dreh um. Jetzt. Ich habe dich gewarnt. Habe ich mich jemals von so einer Warnung schrecken lassen? Zur Not gibt es too many items. There is no way back after this door. Es ist kein, es gibt keinen Weg zurück nach dieser Tür. Nur vier. Nur Secret Button hier. Was? Keine Angst. Keine versteckten Buttons hier. Secret Room. Äh, pff. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich will aber noch die, die Geheimtür hier offen haben. Okay. Die Tür habe ich schon mal offen. Das ist sehr beruhigend. Und ich höre immer mal Lava. Aber die Tür habe ich noch nicht auf. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte hier mit dem Knöpfen, finde ich jetzt. Allein schon hier hinzufinden war eigentlich ganz interessant. 42 ist die Lösung. Das geht gar nicht. 43 ist die Lösung. Ich will da rein. Okay. Ähm, Secret Room habe ich nicht geschafft. Nein, eine Jutebox. Es ist keine Lüge. I need not slow to high. Ah, das ist doch gemein. Okay. Okay, das hat was mit Musik zu tun. Und wahrscheinlich muss man jetzt irgendeinen bestimmten Sound hier nachspielen. Und alle möglichen Leute kennen den Sound. Ich aber nicht. Das heißt, man muss wahrscheinlich in einer ganz bestimmten Reihenfolge das machen. Und das ist wahrscheinlich der Portal Sound. Schatz, kannst du mir mal sagen, wie die Hauptmelodie von Portal ist? Nein. Selbst er weiß das nicht. Nein. Ich kann ja mal raten. Ja, ich habe geraten und ich habe es geschafft. Ich habe einfach vom niedrigsten Ton zum höchsten gespielt. Boah, das war anstrengend. This way. Vertrauen wir diesem Schild? That way. This way? That way? Äh. That way. Over here. Nein, ein Labyrinth. Ich. You're closed. Du bist nah. Ich bin doch hier. Total. Falsch. Kann ich da rüberspringen? Ja, das ist ja lustig. Da kann ich auch rüberspringen, wetten. Äh, pssst. This way. Das. Also, das finde ich toll. Over there. Das finde ich toll mit den Schildern. Muss ich jetzt einmal zugeben. So, wir müssen erstmal hier ein bisschen Kleid im Stubble Wind kriegen. Go back. Vergiss es. Dead end. Danke. Au. Hier. Ich kann hier die Pfeile rausnehmen. Wurde mir nicht verboten. Psst. This way. Ah. This door needs a song, but it won't be open for long. Diese Tür braucht ein Lied, aber es wird nicht lange offen sein. Okay. Warning Circles. Okay, hier ist noch ein totes Ende. Hier ist noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich alles gefunden habe. Okay. Ups. Wrong. Ähm. Warning Circles. Achso. Ja. Okay. Ups. Wrong. Torch. 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 Oh. Eine Fackel. Oh. Fackel. Das Schild ist auch total super intelligent gerade. Ah. Play the off-key card. Und da muss ich wahrscheinlich hier rum, da rum. Ähm. Nein. Okay. Ich muss jetzt einmal ganz kurz, ähm, hier werde ich jetzt auf jeden Fall die Musik spielen. Und dann muss ich, ich habe ja noch hier, ah, ich kann das ja auch so. Also ich probiere das jetzt einfach mal aus. Okay, hier werde ich nun im Kreis laufen müssen. Also ich nochmal, nochmal, nochmal testen. Also hier rüber hüpfen. Hier lang, hier lang, hier lang. Hopp. Hier rum. Hier lang. Und so many walls. Ja, so viele Wände, ne? Dead End. Loot. A lot. Das war auf jeden Fall ein Weg, der zu groß ist. So many circles. Ja. Das ist schon mal gut, dass ich das Schild wieder hier habe, weil ich weiß auf jeden Fall, das ist hier in der Ecke. Irgendwo. Hier ist die Fackel. Und hier müsste jetzt da. Oh, oh, cool. Ich war doch nicht im Schild. Scheiße. Okay, ich habe sie aber gehört. Hier lang wahrscheinlich. Gut. Den Weg muss ich jetzt irgendwie verinnerlichen. Hier lang, hier rum, hier rum, hier rum. Wie, ich habe mich verlaufen, wie, ich habe mich verlaufen. Ach, komm. Es ist doch. Es ist doch. Da muss ich rein. Okay. Also hier lang. Da lang. Bringt mir das irgendwie weiter. Oops, wrong way. Jetzt habe ich das noch schlimmer gefunden, nicht? Was ist das? Oops, wrong way. Da kann ich lang. Oh, das ist doch gemein. Da muss ich einfach nur hier lang latschen. Hier, hier. Da, da. Oh, das hätte ich jetzt fast geschafft. Ich weiß gar nicht, von wo ich kam. Oh. Oh.